Nicht ein Gott und nicht ein Mensch, sondern die Natur ist das Maß aller Dinge. Nur eine in sich selbst gefestigte, langfristig lebensfähige Natur kann die große Einbettung bieten, welche die Menschen für ihr Leben und für ihr Überleben benötigen. Die Natur ist das Maß aller Dinge. Das ist die große Überschrift. Sie zu befolgen, wird eine grundlegende Veränderung unseres Zusammenlebens auf dieser Welt bewirken. Sie nicht zu befolgen, bedeutet in absehbarem Zeitraum den Untergang der Menschheit.